Gehen wir zu uns, der Direktor Hotelschweizer auf Luzern. Das Hotelschweizer auf Luzern ist stolz, das offizielle Hotel zu sein, an der Winteruniversität 2021 und damit auch das Visu Hotel. Ich denke, es hat eine grosse Bedeutung, vor allem die Ausstrahlung, die Ausstrahlung der Bilder auf der ganzen Welt wirken werden. Sicher auch in den Hauptmerken, wie z.B. Amerika oder Russland. Ich finde das eine super Sache. Auf all diese motivierten Sportler, auf all diese verschiedenen Nationen. Ich liebe das, das Gastgeber zu sein von verschiedenen Kulturen. Ich habe richtig gefreut, dass junge, motivierte Leute zu Werk gehen und Sport machen wollen. Ich bin passionierter Skiläufer und bin eigentlich recht viel unterwegs. Sicher jedes Jahr bis zu drei Wochen. Ich nutze eigentlich ähnliche Regionen wie die Visu. Wir treffen viel in Engelberg, Andermatt oder auch in Lern zu Hause. See you dann! Jag Moi Sides The Vielen Dank.